Hi, mein Name ist Tina und ich möchte auch gerne meine Erfahrungen mit dem MedBed schildern. Und zwar durch den Einladungslink habe ich mich entschlossen, das Bett gleich am gleichen Tag zu benutzen. Ich war ziemlich aufgeregt, weil ich habe schon gespürt, dass das irgendwas ganz Tolles sein wird. Ich habe mir eine Liste angefertigt mit ungefähr 60 Punkten, die ich ansprechen wollte beim Bett. Und habe dann aber mit der letzten Mail erfahren, dass ein Bodyscan eigentlich auch ziemlich ausreichen würde, weil die Intelligenz ja weiß, was an meinem Körper so die Punkte sind, die behandelt werden wollen. Naja, jedenfalls habe ich mich dann trotzdem mit der Liste ins Bett gelegt, so ungefähr um neun am Abend. Ich habe mir gedacht, ich werde mir so ein, zwei Stunden Zeit nehmen, um das bewusst wahrzunehmen und dann einfach die ganze Nacht im Bett schlafen. Ich habe die Liste dann laut ausgesprochen nach der Aktivierung und habe danach auch gleich den Bodyscan in Auftrag gegeben und habe dann ziemlich gleich gespürt, wie in meinem ganzen Körper Wellen rauf und runter gehen. Und in meinen Handflächen habe ich es knistern gespürt. Also die Energie war ziemlich stark zu spüren. In weiterer Folge war mir ganz wichtig, dass meine chronischen Halswirbelsäulen und Schulterprobleme also zumindest ein Stückchen weit geheilt werden, weil ich eben seit 20 Jahren chronische Schmerzen habe und auf der rechten Seite gar nicht schlafen kann und dann immer so mit einem Polster unterm Arm. Und in der Nacht, nachdem ich eingeschlafen bin, bin ich ungefähr fünf, sechs Mal aufgewacht und immer als ich aufgewacht bin, habe ich den Schmerz gespürt, wobei nach drei, maximal vier Sekunden der Schmerz dann komplett weg war. Und ungefähr beim dritten Mal aufwachen, habe ich gemerkt, okay, also es war so eine Eingebung, das ist jetzt nicht wieder irgendetwas gewesen während des Tages, wo ich mich verrenkt habe oder wo ich eine schlechte Haltung gehabt habe oder eine schlechte Position eingenommen habe, sondern das ist mein Programm, das rennt und das den Befehl an den Körper gibt, er soll Schmerzen haben. Also es war eine richtig schöne Bewusstwerdung, weil ich habe ja in den letzten Jahren natürlich Unmenge von Geld ausgegeben, ob das jetzt Physiotherapien waren oder sonstige Körperbehandlungen, mit der Hoffnung, dass es irgendwie was bringt und dass ich keine Schmerzen mehr habe. Ich habe natürlich auch sehr viele Körperübungen, also Muskelaufbau und sonstige Dehnungsübungen gemacht und immer mit vielleicht ein, zwei, drei wöchiger, maximal vier wöchiger Ruhephase, also wo ich keine Schmerzen hatte und dann kam es dann nochmal und immer extremer. Also die letzten Jahre ist es so extrem, dass ich dann gar nicht mehr schlafen kann ohne Schlaftabletten und es auch natürlich sehr an den Nerven zehrt. Ja, und diese Bewusstwerdung war für mich einfach super und dieses Gefühl, wirklich die Schmerzen innerhalb von ein paar Sekunden einfach wegzuhaben, das war so erlösend. In der Früh bin ich dann aufgewacht und war den ganzen Tag eigentlich total energiegeladen, mein Herz war offen, ich war richtig fröhlich, wie ein kleines Kind, habe herumgesungen und ich habe total viel Energie im Herzen, im ganzen Körper gespürt. Ja, ich habe mir dann überlegt, wie mache ich das am besten, dass ich mir das Bett organisiere, weil mir war ganz klar, das hilft mir. Ich habe dann von dem Black Friday Sale erfahren und habe dann mit einer lieben Freundin, die mich zu dem Bett überhaupt gebracht hat, zugeschlagen. Und seitdem verwende ich es natürlich jede Nacht und auch immer wieder dazwischen. Ich habe im Wohnzimmer meine Couch aktiviert, dort mache ich immer so dazwischen zwei-, dreimal täglich auch Meditationen und merke auch in den Meditationen, dass ich viel schneller in diesen transzendenten Zustand komme. Also für Leute, die gerne meditieren, das ist ein super Booster. Ja, also ich habe dann auch gemerkt, davor konnte ich maximal zwei Stunden vorm Computer sitzen. Ich hatte letzte Woche Homeoffice und musste jeden Tag, also von Montag bis Freitag, sechs Stunden vorm Computer verbringen, da ich meine Hausarbeiten machen musste. Also das war für mich immer so ein Killer. Mehr als zwei Stunden gingen gar nicht, weil ich konnte nicht mehr sitzen. Und dann war es schon so verkrampft und so verspannt, dass ich dann in der Nacht wieder einige Male aufgewacht bin und ohne Schmerztabletten ging es dann gar nicht. Und es war erstaunlich zu sehen, wie ich sechs Stunden täglich da verbringen konnte. Es war alles locker, es war nichts verspannt und in der Nacht keine Schmerzen. Also das hat mich natürlich total fasziniert und ich bin sowas von dankbar. Es ist nicht im Worte zu erklären, ich bin einfach sehr, sehr froh. Und ich hoffe, dass es vielen Menschen so gehen kann. Ja, speziell chronischen Schmerzpatienten, dass da die Wirkung auch so einschlägt wie bei mir. Also das wünsche ich mir. Und ich bin sehr dankbar und ich würde auch sehr gerne in Zukunft weitere Erlebnisse teilen, weil da noch etliche waren, wobei ich finde, für das erste Video ist es mal genug. Und ja, ich freue mich bis zum nächsten Mal. Ciao.